Die Feuerwehr kommt voraus. Lass bitte Platz machen, weil gleich dahinter kommt dann der erste Läufer, den man da jetzt schon sehen kann. Platz machen bitte. Und da kommen jetzt die ersten Läufer des Kursesbergrands 2015. Vorne voraus mit der Startnummer 5, Riccardo Sterni aus Gresge, Gresge Atletica. Startnummer 1, Frick Gerz aus Meran. Und die Startnummer 190 ist als drittes im Ziel. Und die inoffizielle Siegerzeit haben jetzt auch schon 25 Minuten 0-3. Und die Startnummer 93 ist als vierte im Ziel. Ivan Baumichel. Und die nächsten sind im Ziel gleich der Manuel Innerhofer aus Neukirchen, LC Oberbinsgau. Gefolgt von der Startnummer 166, Martin Machl. Die Startnummer 3, Jan Wesseli aus Deutschland, Amaran. Die Startnummer 207, Startnummer 4, Martin Schäler. Startnummer 2, Andrea Mayer. Und Startnummer 181 ist der Auftrag. Gefolgt von der Startnummer 70, Christian Moser. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Gratuliere. 270, 4, 2, 3, 81, 70. Die Startnummer 71. Der Marco Sturm aus Deutschland, Regensburg, SWC Regensburg. Und da kommt die Startnummer 7, der Marian Stoller aus Schwarz vom LC Sport Ossi. Startnummer 164, Josef Briggs aus Bill, Happy Fitness, 24 Stunden. Startnummer 174, Josef Briggs aus Schwarz vom LC Sport Ossi. An die Sitz mit der Startnummer 200 aus Wien, LV Falsche Hasen. Hast du gehabt? 70, 71. Startnummer 121, Klaus Greiber, Infos aus Bill und die Startnummer 124, die Karin Freitag aus Halle, Tirol, LV Decker, Inter. Startnummer 144, Stefan Vogel, Saki aus Reute und die Startnummer 189, der Wilfried Hubert aus Innsbruck, SK Rüchewitt. Startnummer 147, Alexander Lieb. Startnummer 54, der Jensky Schlag auf Schwarz. 57, Auffassungsbereinstimeter mit der Startnummer 169, der Daniel Scheran aus Innsbruck. Startnummer 142, Hunter Zimmermann. 583, ist auch da, Christian Heinrich aus Innsbruck. Das ist ein Wahnsinn, oder? Wahnsinn, oder? Das war das, der Befeufe Meier sagt, das ist so. Hey, geht's? Jetzt kommt der Daniel ab. Patrick Hörhager aus Meierhofen mit der Startnummer 143. Und wieder eine Dame, die Michelle Meier aus Bad Aibling. Startnummer 105, mit der Startnummer 101, gefolgt von Bernhard Maller aus Oberberghof. Startnummer 136, Bernhard Pfalzberger. Startnummer 37, ist auch im Ziel, der Andreas Gasser aus Tulpes. Und die Startnummer 180, Thomas Pöll, Infos aus Innsbruck. Startnummer 136, Bernhard Pöll, Infos aus Schlitters, der Robin Zangerl vom NC Sport Ossi. Aus Stand kommt ins Ziel, der Uwe Tremetsberg, Startnummer 41, vom Seebach LR Sportiva Shop. Und die Startnummer 202 aus Innsbruck, der Markus Ricabona. Startnummer 218 und Startnummer 98. Mit der Startnummer 45, der Karl-Health Jäger aus Innsbruck. Startnummer 127, Lukas Robinson aus Jemba. Startnummer 13, der Karl-Health Jäger aus Innsbruck. Und die Startnummer 14, der Karl-Health Jäger aus Innsbruck. Marcel Meier aus Tulpes, vom LC Sport Ossi. Und die Startnummer 14, Hannes Wau. Peter Holztrecht aus Göttens. Auf dem letzten Meter noch überholt Lukas Süß. Und mit der Startnummer 75, Oliver Spinn aus Wattlis. 20, super, super, super. Jimmy Bodner aus Innsbruck mit der Nummer 123 ist auch in den Kiel gekommen. Und da sind schon die Nächsten. Einer holt schnell auf die Startnummer 92. Das ist der Marik Kotzner aus Rudern. Und die Startnummer 12, Boris Pfluger. Startnummer 175, Tobias Brexelberger. Und die Startnummer 85. Sebastian Siemhofer, Startnummer 140. Erdachtes Ziel erreicht, das Aachenkirch. Gefolgt von der Startnummer 149. Matthias Spurghaus-Kolsers. 125. Und mit der Startnummer 192 wieder eine Dame, Diana Wörn aus Innsbruck. Lisa Mussack vom Laufteam LSV Reike Kolsers. Wer ist im Ziel? Ja, nein. Na, wo? So, einen großen Applaus aus für die Hanna Musa Kotz Kolsers. Laufteam LSV Reike Kolsers. Und dahinter gleich die Startnummer 52, die Lisa Mussack. Super. Super. Julian Beißer vom Kolsers, ebenfalls vom Laufteam SV Reike Kolserswehr. Als nächstes der Klaus Lindner aus Stanz. Startnummer 141 und dahinter gleich die Startnummer 22, Gerhard Gaube aus Saalfeld. Jetzt geht's wieder Schlag auf Start. Startnummer 40 war auch schon da. Martin Mössner. So und jetzt geht's dann wirklich Schlag auf Schlag. Als erstes die Startnummer 217. So und jetzt kommen wir auf die Youngsters. Startnummer 107. Der Pascal Schaas auf Schlag. Startnummer 162. Alfred Dendl. Startnummer 188. Der Richard Flachner. Ja, die. Startnummer 135. Fabian Pucka. 173 ist im Ziel. 144. 188. Der Richard Flachner. Ja, die. Startnummer 135. Fabian Pucka. 144. 188. Startnummer 273. John Laube aus Innsbruck, Musikschule Wassen. Startnummer 73. Differ Sophia Moosbrugger aus Dullfels vom SK Rückenwind. Wir sind jetzt bei ... Alois Wurmose aus Stummerberg. 97, 97. 9. Supergab. Kathrin Kostanzer aus Colsa. Supergab. 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 Robert Kolb aus Schwarz vom Laufteam SV Räiker Kölzer-Swerg. Winderstatt Nummer 23, Martin Biese aus Sennheim. Du weißt, da habe ich ein bisschen Vorsprung. Du weißt schon 29 Prozent. Du bist 36 Minuten lang. Und die Startnummer 102, Rassus Hellmeyer aus München. Mit der Nummer 24, Rodrik Birke aus Blickfahrt. Und die Mirka aus Wölk. Klaus Kirchmeier aus Wappen. Und nicht dahinter, Hans-Jörg Mose aus Derpen. Und einen großen Applaus auch für die Nummer 109, die Börter Schwaniger. Ich habe Wölk gegen diee neun. Ich habe ihn geschrieben, was ich geschwommen habe. 116. Schau mich drauf. Und schau. Mutter ist dann schaufens. 192. Schau! Ich habe mich gar nicht mehr gehört, wenn ich was am Mond kriege. Ich schwimme mal kurz. Ja, 100 Dreier-Servs. Ja, 100 Dreier-Servs. Ja, 100 Dreier-Servs. Das war der vorige Tag. 06. Meine Frau, ich trink doch so was. Bleib da, meine Frau, ich trink doch was. Die Andrea Schwienbacher aus Deutschland. Oh Gott! Mit der Nummer 145, Manuela Neiers aus Leutert. Und da kommt der Daniel Schuch aus Kramsack vom L-T-Sport-Ossi. Und wieder Ende der Übergang, der Mann war mit Trenka auf Info. Danke. 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 Super. Start Nummer 108, Rosa Schwadinger. Start Nummer 54, Felix Wesseli aus Wies. Super. Aber unser Gast. Na bitte. Wieselisch ab. Super gut. Du spending gar nicht arspend. Super. Mit der Nummer 195, Moritz Pfefferkorn und mit der Nummer 11, Justin Quigen aus Werler Svra Kels Objects, Kurs aus Bern. Felix Eberhard! Lukas Taucher von Bern. Das ist eine super Zeitung. Ja, gewaltig. Was hast du? Ja, ich weiß selbst nicht. Das ist super. Katharina Arlacher aus Istburg, LG Decca Itter. Und mit der Nummer 6 Rudi Riebic aus Istburg. Ich hab was durch den Startpunkt. Und mit der Nummer 6 Rudi Riebic aus Istburg. Roland Plattner von Kölzesberg. Jetzt Frau Reikler Kölzesberg. Hey, 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 hey. Jetzt kriegen wir Wunsch. Ja, der, ja, genau. Mit der Nummer 110, die Paula Schwalinger aus Spitzenberg. Hey, Kauthalter. Und das Fahrrad jetzt. Super geil. Seppi, Zeit. Boah! Gratuliert. Sebastian Brugger aus Kölner. Mit der Nummer 179, Stefan Drecker aus Innsbruck auf. Die Nummer 188, der Lukas Hussl. Und dahinter die Anita Salzenmoser. Ein bisschen tut schon. So ist es. Start Nummer 35, Michael Sassner aus Wehr vom Laufteam SV Reikler Kölzes Wehr. Und noch ein schneller zum Schluss, der Benni aus Aster aus Wehr. Hey, Benni. Komm mal drauf. Komm mal drauf. Komm mal drauf. Die Christiane Sprachmann. Korposer Start. Start Nummer 139. Marina Wesseli aus Wien. Gabriens. 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 Wetter Nummer 209, der Peter Tautschau. Auf von Kölzes Wehr. Laufteam SV Reikler Kölzes Wehr. Super. Besser. Jetzt brauchst du auf die Uhr nicht mal schauen. Könnt ihr bitte mit dem Auto wegfahren? Nicht im Ziel stehen bleiben. Bitte gerade ein paar Meter weiterfahren. Mit der Startnummer 47. Daniel Wildauer. Startnummer 80. Der Lukas Stock vom LC Sport Ossi. Das Florian Gau ist auch im Ziel. Er ist aus seinen Felden. Notzulness in der Waldpass. Oder auch im Ziel. Aber die ist gestern. Ach, schon. Aber wir hatten ein paar Tage lang. Boua. So war es. Ich hab nicht. So war es. So war es. So war es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Stefan Mussack ist auch da. Gemeinsamer Einlauf mit dem Papa, Rainer Mussack. Ja, Halleluja. Manon Mathis vom Laubtreff TV und Weyer. Ich glaube, der Papa wird zu langsam herab. Bettina Brandner mit der Startnummer 13 aus Follas vom Berglaufteam Raika Follas. Wenn ich ziehe, was ich habe. So, einen großen Applaus jetzt für Franz, der da auf den Aufschritt raufkommt. Die letzten Meter werden da durchgelaufen. Supermanns, bravo. Und da ist mir das Auto auf, was ich fahren. Bravo. 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 Und da haben wir es noch ein bisschen heute vergessen. Oder? Na wohl wohl. Ja, so war er auch. Was ist das? Schlecht? Schrei, geht's? Was ist das? Das ist so. Wie war das letztes Mal ein Saison? Schrei, schrei. Was ist das? Das sind die Insachsensenden. Das sind die Plätze. 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 Das sind die Plätze, die Plätze, die Plätze und die Plätze wieder increln. Noch mal bitte. Startnummer bitte. Startnummer 122. Für das Gerst. Startnummer 117. Kerstin аб Ganzeckend aus Akta. Startnummer38. Gitti Stöke. Und mit Verkehr, Nr. 99. Annegretzmann, aus Rosa. Bravo. Ich bin froh, dass sie nicht gejagt hat, nach dem 7. So gut, oder was? Ja. Arme Gret, du hast geschafft! So, mit der Nummer 69, die Irina Stierer aus Innsbruck. Sie trotzt da gleich nach der Kälte, eine kurze Hose. Hallo Irina. Danke. Sick? Sie ist sick? Du bist nicht sick. Du bist nicht sick. Last Nacht? Ja, ja. Ja, natürlich. Das stimmt auch. Genau. Ich habe es ja gesehen, wenn ich es fotografiert habe. Ich habe das Leben fotografiert, das habe ich nicht gewusst, dass du fotografierst. Ach, das ist schon hier? Ja, da hast du es. Ja, das ist ein tolles Foto. Das ist ja gleich. Jetzt geht es dir wieder gut. Das ist ja wichtig. Das sieht super aus. Weißt du, was es trinken kann? Ja, ja. Schmeckt top aus. So, jetzt sind wir es eh, oder? Ja, das ist sogar bei Augustern. Glauben wir. So. Jetzt sind wir es eh, oder? Das ist sogar bei Augustern. Glauben wir. Janne Frage 2. Ja, das steht automatisch. Jetzt kommt wieder zurück. Ja, na, jetzt kommt wieder zurück. Und jetzt kommt wieder zurück. Ist nun einmal schon puisque terme weg. Es ist kalt, oder? 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 Ja, oder? Es ist kalt, 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 oder? Ja, oder? Es hat, oder? Es hat, oder? Es hat, oder? Es ist kalt, oder? Es hat, oder? Es ist kalt, oder? Es ist kalt, oder? Es hat, oder? Es ist kalt, oder? Es ist kalt, oder? Es hat, oder?